Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sommerfolge von Das Universum, Folge 56. Wir sind in den Sommerferien, darum eine etwas kürzere Ausgabe, aber nichtsdestotrotz, wie immer, auch diesmal wieder mit Florian. Und mit Rot, hallo. Wo sind wir denn gerade? Also jetzt sind wir hier noch zu Hause und arbeiten und was dazu macht, aber wenn ihr das hört, wo bist du denn da gerade? Auf welchem Strand liegst du und trägst Cocktails? Ja, nein, leider. Ich meine, ein Aktivurlaub geplant. Oh Gott, das wird eine Katastrophe. Nein, irgendwie, weil man viel arbeitet, muss man ja dann auch sich aktiv erholen. Anscheinend ist das so. Ich werde jetzt noch gar nicht weg sein, aber dann, wenn ich weg bin, im August werde ich in einem Faltboot die Donau runter paddeln. Okay. Und zwar von Novi Sad durch Serbien durch an Belgrad vorbei und dann die bulgarische Donau entlang bis nach Rusj oder Rusj oder wie auch immer man das tatsächlich ausspricht. Drei Wochen. Der einzige Ort, den ich kenne auf der Strecke ist Novi Sad. Da war ich tatsächlich schon mal. Das war sehr schön dort. Warst du schon mal dort? Nein, ich war da noch nie. Novi Sad, die haben eine sehr, sehr schöne Burg mit schönem Blick auf die Stadt. Die Altstadt ist auch recht nett. Ich war nur am Nachmittag dort im Rahmen von der Konferenz, die in Belgrad stattgefunden hat. Aber Belgrad war ich natürlich auch. Also das ist eine schöne Ecke. Okay. Ich war dort noch nie. Weder in Serbien noch in Bulgarien. In Serbien war ich Bulgarien. Ja, Bulgarien, also warst du vielleicht genauso nah am Bulgarien dran wie ich, weil wir waren ja gemeinsam. Ich war ein bisschen näher dran, weil ich bin damals, wie wir in Rumänien waren, am Schwarzen Meer, wir waren ganz knapp an der Grenze zu Bulgarien, im letzten Dorf quasi. Und ich habe einen kleinen Spaziergang gemacht in Richtung Grenze. Ich habe mir gedacht, ha, vielleicht kann man da irgendwie drüber und so. Und dann bin ich irgendwie da den Strand entlang gegangen und dann war so ein kleiner Hügel und plötzlich winkt mir da jemand. Und ich schaue so und steht ein Typ in so, wie im Bilderbuch, mit so einer schicken, eng anliegenden Hose und einem gestreiften T-Shirt und einer großen Waffe in der Hand, mit der er mir winkt. Und mir deutet, ich soll mich wieder entfernen. Und ich irgendwie so und er, hm, tja, so ist das. Und dann, ja, also ich durfte nicht rüber. Wir waren ja ein netter bulgarischer Soldat, Seemann-Soldat mit seiner Waffe gewunken. Ja, wir waren ja dann gemeinsam auch nochmal an der Grenze. Da sind wir in dieser Würstelbude, in diesem Imbiss, Fernfahrer-Imbiss, direkt vor der Grenze gesessen und haben Bier getrunken. War das nicht mehr? Danach, oder was? Ja, das war irgendwo im Laufe dieses Urlaubs, an diesem, wo wir da waren, sind wir einmal diese Straße langgegangen, an diesen ganzen ehemaligen Selbstschussanlagen vorbei, wirklich direkt bis zum Grenzübergang nach Bulgarien. Und der letzte, die letzte Station war irgendwie so eine Kneipe, so ein Imbissstand für Fernfahrer, für Leute von der Grenze. Und da sind wir dann den ganzen Abend lang rumgesessen und haben Bier getrunken. Oh Gott, stimmt. War das schon so lange her? Wann war das? 2003? Drei. Drei, ja. Ja, naja, war eine schöne Reise. Und ich glaube, es wird diesmal auch schön, obwohl ich habe schon ein bisschen Angst. Wir fahren mit mit der TIT, mit der internationalen Transdanubischen Tour. Die geht in Deutschland los, in Ingolstadt und fährt bis ans Schwarze Meer. Da fahren tatsächlich Leute, die, drei Monate dauert das Ganze, ein bisschen mehr sogar. Also sie fahren Ende Juni los und in der ersten Septemberwoche kommt man dann im Schwarzen Meer an. Und es gibt tatsächlich Leute, die das alles fahren, ja, mit, also ohne Antrieb, also ohne zusätzlichen Antritten, mit den eigenen Enden. Ja, das klingt interessant. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber die fahren halt so ewig weite Etappen. Da sind dann, da sind 50 oder mehr Kilometer Etappen dabei. Das ist schon zart. Ach, aber gut. Sie fließt eh von selbst. Naja, das kommt eben darauf an. Manchmal fließt es schneller, manchmal weniger schneller. Und wenn das Ganze irgendwie gestaut ist, und vor allem dort ist ja die Donau kein Gebirgsfluss mehr, so wie bei uns, sondern da ist sie breit und flach und langsam. Da muss man das selber paddeln. Am schnellsten fließt sie ja zwischen Wien und Bratislava, da wo dank der großen Protesten kein Kraftwerk gebaut worden ist in Hamburg. Und da hat sie eine Fließgeschwindigkeit von irgendwie 12 kmh oder so. Und der Rest ist eher nicht so schnell. Aber ja, werden wir sehen. Ich werde euch das dann im Nachhinein berichten, wie ich war, ob ich überlebt habe oder nicht. Ja, ich bin besonders gespannt, wie du berichtest, wenn du nicht überlebt hast. Also das wird dann sehr gruselig. Ich werde euch heimsuchen. Es wird sicher super. Ich bin schon sehr gespannt. Ich sitze heute, wenn ihr das hört, auf dem Fahrrad hoffentlich und fahre von Garmisch-Partenkirchen gerade nach Sölden. Bei meiner Aktivurlaubs-Radur. Du bist ja, weil du machst immer so, du bist einfach so ein aktiver Mensch. Ich bin das ja eigentlich gar nicht so. Also schon irgendwie, aber auch, ich mag es auch nicht aktiv. Aber irgendwie, ja, manchmal muss man halt einfach aktiv sein. Dann kann man die Nicht-Aktivität wieder mehr wertschätzen. Genau, aber jetzt müssen wir noch aktiv sein, damit wir dann nachher Urlaub machen können und eine Geschichte erzählen. Und vor allem, ich habe mir gedacht, ich erzähle, nachdem wir von unseren Reisen erzählt haben, die wir tatsächlich machen, erzähle ich ja ein bisschen was von einer Reise, die ich nicht machen werde. Nämlich die Reise zum Mond. Stimmt. Man kann es ja nicht ausschließen, aber man weiß, was noch kommt. Naja, es ist, glaube ich, jetzt ziemlich unwahrscheinlich. Vor allem, also die Reise, von der ich euch heute erzählen will, werde ich ganz bestimmt nicht machen. Die passiert nämlich schon bald. Und das ist wirklich sehr lustig, weil das weiß niemand. Ich wusste das auch nicht. Mir war das nicht bewusst, dass das so bald stattfindet. Wir fliegen zurück zum Mond, wir Menschen, also nicht wir zwei, aber ja, und die Leute, die sich in dem letzten Astronautencall der ESA beworben haben und weitergekommen sind, im Gegensatz zu mir, da könnte es sein, dass der eine oder die andere, die da dabei ist, auch dann am Mond dabei sein wird. Und das ist wirklich bald. Artemis, die Mondmission, die Zwillingsschwester von Apollo und Göttin des Mondes, also sehr passender Name und diesmal natürlich auch ein Frauenname, weil eine Frau zum Mond fliegen wird, ganz bestimmt. Das hat die NASA irgendwie schon verlautbart. Es wird die erste Frau und die erste Person of Color zum Mond fliegen. Und zwar in, wenn es stimmt, halte ich fest, zwei Jahren. Ja, das ist bald. Beziehungsweise drei. Also in zwei Jahren werden Leute zum Mond fliegen, ohne zu landen und es soll tatsächlich 2025 die, naja, erste wiederholte Landung stattfinden. Es ist ja 50 Jahre her, dieses Jahr, nein, noch nicht. Dieses Jahr im Dezember ist es 50 Jahre her, dass wir das letzte Mal am Mond waren. Und das ist ja erstaunlich lange her und es ist natürlich jetzt höchst an der Zeit, dass wir zum Mond zurückkehren und die NASA möchte eine nachhaltige Präsenz auf dem Mond etablieren. Ja, wie wird die auch schon? Stellen Sie da recycelable einmal auf, oder? Ja, genau. Ja und nein, kann ich da nur drauf sagen. Also es ist ziemlich cool und man hat das so im Hinterkopf, ah ja, da gibt es diese Mondmission, die wird dann irgendwann. Und ich hätte mir gedacht, ja, 2030 oder so, ja. Ich hätte mir echt gedacht, dass es viel weiter noch in der Zukunft liegt. Aber nein, es hätte die erste Mission, ja, oder die erste Expedition, die zur Artemis-Mission gehört, schon starten sollen. Und ist jetzt natürlich wegen diverser, naja, auch wieder pandemiebedingt und so weiter, sonstiger Verzögerungen, die es immer gibt, verschoben worden auf Ende Mai. Das ist jetzt natürlich blöd, dass wir da nicht drüber reden, weil es ist schon passiert. Das ist die Capstone-Mission. Ui, jetzt habe ich das Akronym verraten. Hätte ich dich raten lassen sollen? Nein, da wäre es nie drauf gekommen. Die Mission heißt CIS-LUNAR Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment. Klingt gar nicht mal so sinnvoll. Also es ist tatsächlich irgendwie… Nicht sinnbefreit, nein. Ja, also es klingt nach dem sinnvollen Ding und dann Capstone. Da hat sich das mal gut überlegt. Genau. Aber ich finde, das beste Wort an dem Ganzen ist CIS-LUNAR, CIS-LUNAR, die CIS-LUNARE Expedition. Also es sollen Leute am Mond landen, aber nicht nur. Es ist keine eben einmalige Geschichte, sondern es soll eine nachhaltige Geschichte werden. Und um eine nachhaltige Präsenz auf dem Mond zu etablieren, braucht man eine Raumstation, eine Mondstation. Also was machen Sie jetzt genau bei dem, was jetzt vermutlich schon stattgefunden hat? Bei dem, was jetzt schon stattgefunden hat, diese Capstone-Mission, ist die, die das Orbit der geplanten Mondstation überprüfen soll. Sobald da was rumliegt, oder? Die Mondstation wird ja nicht auf dem Mond, also noch nicht. Es soll natürlich früher oder später dann auch eine Station auf dem Mond geben. Aber was quasi jetzt schon geplant ist und stattfinden wird, ist das Gateway. Das Lunar Orbital Platform Gateway, formerly known as Deep Space Gateway, wäre so viel cooler gewesen. Manchmal denkt man sich, oh NASA, was ist mit euch? Also eine Orbitstation um den Mond, kurz Gateway. Das Gateway soll eben in einem sehr interessanten Orbit um den Mond fliegen. Und dieses sehr interessante Orbit wird von Capstone quasi ausgecheckt, ob das auch wirklich so ist. Es wird die Stabilität des Orbits, des ausgerechneten Orbits überprüft. Es ist nämlich ein sehr komplexes Orbit und wir kennen diese Art von Orbit schon. Ihr Aufmerksamen, das Universumspodcast-Hörerinnen wisst schon, was ein Halo-Orbit ist. Genau. Ein Orbit um den Lagrange-Punkt eines Systems, also ein Orbit um einen Lernpunkt im Weltraum. Dieses Gateway, diese Mondstation, wird ein ähnliches Orbit haben wie das James-Webb-Space-Teleskop, aber natürlich nicht so weit weg, nicht der Lagrange-Punkt, sondern der L2, also der gleiche Lagrange-Punkt, aber im System Erde-Mond. Das heißt, das Ding wird sich im cis-lunaren Raum, also im Raum jenseits des Mondes befinden und um den L2 von Erde-Mond reisen, also ein bisschen quasi weiter weg sein als der Mond. Und das wird in einem sehr elliptischen Orbit, eh auch wie das James-Webb hat, ja, ein sehr elliptisches Orbit, einmal näher dran, einmal weiter weg, um diesen L2-Kreisen. Und eben dieses Orbit muss erst nochmal irgendwie überprüft werden anscheinend. Man vertraut dann den Mathematikern doch nicht so. Also es ist dann halt immer ein bisschen komplizierter, weil es halt kein Orbit um einen existierenden Körper ist, sondern um diesen Lernpunkt im Weltraum. Und das muss halt dann auch immer wieder angepasst werden und so weiter. Und Capstone soll eben dieses Orbit mal irgendwie einnehmen. Das ist so ein Cube-Sat, der besteht aus zwölf Einheiten, zwölf kleinen 10x10 cm Cubes. und wird eine Verbindung zum Lunar Reconnaissance Orbiter herstellen, der ja um den Mond herum fliegt. Also nicht direkt mit der Erde in Verbindung stehen, sondern schon über quasi eine weitere Verbindung da kommunizieren mit der Erde und schauen, ob dieses Orbit auch wirklich so einzuhalten ist, wie wir das glauben. Und das sollte, wenn ihr das hört, schon passiert sein. Also der sollte schon dort sein. Ich habe jetzt gerade hier die Wikipedia-Seite aufgemacht, weil ich da Bilder gesucht habe. Und die englische Wikipedia-Seite zu Artemis 1, von dem reden wir, oder? Reden wir von Artemis 1? Das ist jetzt noch pre-Artemis 1. Okay, gut, gut, gut. Artemis 1 steht hier als mit August 2022 drin. Genau. Und Artemis 1 kommt dann, nachdem ich habe es dann ins Orbit geschickt wurde, dann kommt Artemis 1. Und der soll nämlich, Artemis 1 soll, also ohne Leute drinnen, ein unbemannter Flug. Aber Schaufel ist da drin, habe ich gelesen. Tatsächlich? Wie Sie sagen hier, also wie gesagt, Wikipedia, ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, ist die Orion-Kapsel, von der wirst du wahrscheinlich gleich erzählen, wird mit einem kompletten Life-Support-System ausgeschaltet sein und mit Sitzen, aber es sind keine Menschen drin, dafür zwei Mannequins. Also ja, Schaufel ist da Puppen. Tatsächlich? Naja, Schaufel, sie werden nicht so mit so gestreckten Gliedmaßen irgendwie schaufel. Ja, weiß man. Es werden wahrscheinlich einfach so, ja, Menschenmodelle sein, aber wusste ich nicht, ja. Okay, die Orion-Kapsel, das ist die Raumkapsel, die extra entwickelt wurde natürlich für diese neue Mission und die soll dann natürlich auch die Leute zum Mond bringen und ins Mondorbit vor allem bringen. Und Artemis 1 ist aber noch quasi der Testflug. Nachdem Capstone das Orbit ausgecheckt hat, wird sich Artemis im August, das ist wieder so ein Not earlier than, das wird nicht vor August 2022 stattfinden, hoffentlich im August 2022. Also während ich die Donau runterpaddle, yeah. Genau, das Ding in den Mondorbit einbiegen eben, dieses Cis-Lunare-Halo-Orbit, sechs Tage und dann wieder zurück. Und das wird vermutlich dieses Jahr noch stattfinden, das ist schon cool, oder? Ja. Und dann 2024, zwei Jahre später. Artemis 2. Artemis 2. Nicht mehr mit Schaufensterpuppen, sondern mit vier Personen an Bord. Nochmal quasi das Gleiche, ohne Landung. Also, ja, das ist die undankbare Rolle. Also, ich meine, nicht undankbar, man darf sich nicht beschweren, würde ich auch gerne machen. Aber ohne Landung ist es mal irgendwie so, danke, ich schaue nur. Drei aus den USA und eine Person aus Kanada. Das steht auch schon fest. Das steht in der Wikipedia. Ich habe jetzt einfach die Wikipedia offen, wenn ich mir Bilder angucken will. Also, hier steht das tatsächlich irgendwie, der Lead Astronaut ist amerikanisch. Und dann, ja, nur TBA steht überall da, aber drei NASA und einmal CSA. Okay, verstehe. Ja, also, noch kein neuer Astronaut von der ESA dabei, aber dann gibt es die Support Missions. Also, dann werden alle möglichen Module mal raufgebracht in diese Umlaufbahn. Das Gateway wird quasi vorbereitet und da wird das Antriebsmodul raufgeschickt. Und das hat dann Solar Electric Propulsion, also ein Ionenantrieb. Cool, ich finde, das klingt immer so Science-Fiction-mäßig. Ein Ionenantrieb. Der Ionensturm ist Science-Fiction. Aber ich finde Ionenantrieb, aber es klingt total futuristisch, oder? Also, ich finde das schon cool. Also, es ist eigentlich gar nichts Futuristisches. Es werden halt einfach nur Ionen erzeugt. Da wird irgendwie Solar Electric, also Sonnenenergie, verwendet, um Elektrizität zu erzeugen, die dann Gasatome, ich glaube Xenon ist es, wenn ich das recht gelesen habe, da ionisiert und dann die in den elektrischen Feldern beschleunigt werden und rauspfeffern quasi und so das Ding beschleunigen. Also, es reicht nicht für einen Start von der Erde, aber im Raum, im interstellaren Raum hätte ich fast gesagt, so weit sind wir noch nicht, interplanetaren Raum, ist es genug, um da rumzufliegen. Und das wird dieses Lunar Gateway quasi machen. Das wird so einen Antrieb haben. Und dann kommt natürlich auch das Habitat-Modul, das unter Druck stehende, das Pressurized-Module, wo dann die Leute drinnen sich aufhalten. Und das Human Landing System Starship, das von SpaceX entwickelt wird, kommt auch schon rauf. Und das ist natürlich ein bisschen, also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, ich finde es ein bisschen riskant, sich da auf eine private Firma zu verlassen. Weiß man nicht, wenn Elon Musk jetzt hier wieder irgendwelche komischen sozialen Netzwerke kauft und er sagt, sorry, ich habe kein Geld mehr für Raumschiff, dann muss man andere bauen. Eben alle Blöder, muss man andere bauen, ja. Dann springt sicher Jeff Bezos ein, oder? Ja, dann schauen wir mal. Naja, also ein bisschen irgendwie, ich meine, gut, man arbeitet in der Weltraumtechnik immer mit privaten Firmen zusammen, die die Komponenten herstellen und so weiter. Also das ist jetzt auch so tragisch oder so dramatisch ist es dann natürlich auch nicht, wenn man sich das überlegt. Aber ich glaube, dass da quasi die volle Verantwortung dafür, einem privaten Akteur zu überlassen, nicht so klug ist. Man weiß ja auch nicht, wie sich dann die Preise zum Beispiel entwickeln und wie verlässlich das Ganze ist. Naja, aber so ist der Plan. Das lustige, auch die Supply-Missionen, die in Zukunft dann zu diesem Gateway fliegen werden, die kommen auch von SpaceX. Und da ist natürlich eine Abhängigkeit da, die wir sehen werden, ob das eine gute Idee war oder nicht. Abhängigkeit ist immer doof, aber andererseits bis vor kurzem, seit SpaceX zumindest in der Lage ist, zur Raumstation zu fliegen, was sie ja schon getan haben, ein paar Mal waren wir von Russland abhängig, wenn wir ins Weltall fliegen wollten. Und das war ja auch keine so gute Idee, wie sich herausgestellt hat. Also es schadet nichts, wenn mehr Leute ins All fliegen können. Aber man sollte jetzt nicht sagen, okay, jetzt braucht man Russland nicht mehr, jetzt macht alles SpaceX. Also vielleicht lohnt es sich, wenn die NASA eigene Raumschiffe entwickelt und Raketen, die Menschen ins All bringen können. Die ESA sollte mal den Arsch hochkriegen und mit der Ariane sechs Menschen ins All fliegen können, dass wir da ein bisschen Vielfalt haben. Ja, absolut. Und was auch lustig ist, weil du gesagt hast vorhin, irgendwie Recycling-Bins auf dem Mond, dass diese Frachtschiffe, die die Supplies, die, wie sagt man da, die Dinge, die die Leute brauchen werden. Nachschub. Nachschub. Aber das Gateway bringen, diese Dragon XL heißen die, nicht wiederverwertet werden. SpaceX rühmt sich ja immer damit da, wir sind so nachhaltiger, verwenden alles wieder. Nein, die sollen einfach, wenn sie leer sind, wenn alle, wenn alle, Supplies, mir fällt das Wort nicht ein. Nachschub. Aller Nachschub aufgebraucht ist und verwendet ist und wie auch immer, alles, was da halt rauf transportiert wird. Wenn das Ding leer ist, dann wird das Ganze ganz elegant auf der Mondoberfläche entsorgt. Ja gut, da ist viel Platz, geht schon. Geht schon, kein Problem. Das haben wir uns beim Weltraummüll auch gedacht. Da ist ja genug Platz da oben. Naja, so viele werden es jetzt fürs Erste auch nicht sein, hast schon recht, aber vielleicht kann man sie zumindest auf der Rückseite entsorgen. Dann sieht man es nicht. Wie auch immer, so wird das sein. Und dann kommt Artemis 3. 2025. Ich lese gerade in der Wikipedia wahrscheinlich nicht vor 2026. Ach so? Ja. Er hat es schon wieder verschoben. Ja, ach, das ist ja auch immer, so genau wird es keiner wissen, also. Im NASA-Dokument steht noch 225. Naja, oder vielleicht 226, wie auch immer, ja. Also 226 ist ja dann die Mission zum Gateway. Du meinst nicht Artemis 4, sondern wirklich Artemis 3. Okay. Naja, es kann natürlich sein, dass sich das alles noch verschiebt, weil ja, wie gesagt, wir noch nicht mal den Orbit ausgecheckt haben, ob das auch wirklich passt. Ja, aber ja, not earlier than 2025 vermutlich. 2026, trotzdem bald, die Landung, ja, mit dem Starship Human Landing System. Zwei Leute sollen sechs Tage auf der Oberfläche verbringen. Das heißt, du hast irgendwie die Orion, die Orion, Raumschiff Orion, Raumpatrouille Orion, die Leute quasi, die um den Mond herum fliegt und dann die Leute mit dem Human Landing System da absetzt. Sie bleiben sechs Tage auf der Oberfläche, machen ein paar EVAs, Extra Vehicular Activities, und dann fliegt das Ding wieder nach oben und trifft sich wieder mit Orion. Genau, und landen soll das ganze Jahr nahe dem Südpol des Mondes. Ja, da war noch keiner. Da war noch niemand, ja, das ist auch spannend. Das heißt, da, ja, also auch wenn es erst 2026 ist, das ist in vier Jahren, ja. Ja, das kann man, das ist absehbar. Sollen nicht zwei Leute auf dem Mond landen. Ja, ich bin gespannt, ob das wirklich so ist. Ja, und Artemis 4, das ist dann ein Jahr später, wann auch immer das dann sein wird, fliegen dann Leute zum Gateway und bevölkern die Mondstation. Ja, was ist der Plan? Und dann irgendwie ist natürlich die Frage, was passiert weiter? Artemis 5. Artemis 5, 6 und 7 oder sogar 8, Moment mal, 8. Genau, weitere vier sind schon proposed, aber noch nicht ausgeplant. Also, was es da geben wird, ist noch ein bisschen unklar, aber die Idee ist, dass dann natürlich viele Landungen stattfinden werden, dass Rovers und Habitate auf die Mondoberfläche gebracht werden, allerhand Instrumente und so weiter. Und Resource Extraction Equipment, also Schaufel. Genau. Ein Kübel. Kübel, Schaufel, kann man ein bisschen Sandburg bauen auf dem Mond und vielleicht die eine oder andere wertvolle Ressource mitgehen lassen. Also, das ist natürlich dann auch die Idee, wirklich auf dem Mond Ressourcen abzubauen. Für die Erde oder fürs Gateway oder für den Mond? Hui, gute Frage. Frage, I don't know. In erster Linie mal für, zur Untersuchung würde ich sagen, aber wenn das, wenn die erste Phase abgeschlossen ist, ist wahrscheinlich schon die Idee, dass da vermutlich zuerst in erster Linie mal eine selbsterhaltende Funktion von dieser Mondstation ausgeübt wird. Also, vielleicht eben Wasser zum Beispiel, dass es ja am Südpol des Mondes gibt. Was genauer sie dann in der Zukunft damit vorhaben, vielleicht macht ja deshalb SpaceX mit. Ich bin gespannt. Ressourcen versprochen. I don't know. Das sind Spekulationen, ja. Ich habe ja auch schon vermutlich hier im Podcast die Serie For All Mankind empfohlen. Ich weiß nicht, ob du sie mittlerweile geschaut hast oder nicht. Nein. Aber das ist dann, dann kommen wir langsam in diese Realität. Also, ich hoffe nicht exakt in diese Realität. Aber das ist ja so eine, ja, alternative Realität, die sehr nah an der echten Realität ist. Die fängt damit an, dass nicht die Amerikaner, sondern die Russen, die ersten oder die Sowjets, die ersten am Mond waren. Wodurch dann die amerikanische Weltraumbemühungen noch deutlich intensiviert worden sind. Und dann hat man eben schon, ja, andauernd weitere Missionen gehabt. Und dann hatten die Amis so in einer Hauruck-Aktion, also in dieser Serie natürlich, in so einer Hauruck-Aktion so eine Basis auf den Mond gestellt, wo dann irgendwie drei Leute, ja, schlecht als recht existiert haben. Aber daraus ist dann eben so eine Mondstation geworden. Eine dauerhaft besiedelte. Und die Russen waren natürlich auch auf dem Mond und haben dann da auch irgendwie eine Mondstation hingebaut. Und dann irgendwann endet das Ganze mit, ja, einer Schießerei auf dem Mond und so. Also es ist dann, ja, aber genau dieses nachhaltige, also wirklich so Pendelverkehr zwischen Erde und Mond, das findet da alle statt in dieser Serie. Und vielleicht kommen wir da hin, vielleicht ohne Schießerei, das wäre ganz nett. Ja, hoffentlich, ja. Genau, das ist auch die Idee. Und das ist auch die Idee hinter diesem Orbit. Man könnte sich natürlich fragen, warum hat das Ding jetzt so ein komisches Orbit um L2? Man will ja auf den Mond. Beim Web ist es klar, man will dorthin, wo man weit weg ist von der Erde. Wo man weit weg ist von der Infrarotstrahlung der Erde. Aber beim Mond, ja, und die Sache ist die, dass es sich von dort sehr leicht landen lässt. Also das mit sehr, sehr leicht im Sinne von Energieeffizient. Das Ganze ist natürlich eine Energiespargeschichte. Und dieses Orbit führt ungefähr in 3000 Kilometer Entfernung über dem Nordpol des Mondes an seinem nächsten Punkt. Und dann ist es 70.000 Kilometer weit entfernt vom Mond auf der anderen Seite. Und das dauert sieben Tage, bis man da einmal rundherum ist. Das heißt, ich kann irgendwie dann alle sieben Tage mehr oder weniger, kann ich dann sehr energiesparend ein Landevehikel in Richtung Mondoberfläche bringen. Und von dem Orbit kann es mit einer geringen Geschwindigkeitsänderung quasi leicht landen und auch wieder andocken. Und auch das Beibehalten des Orbits ist sehr energiesparend. Diese Halo-Orbits sind natürlich sehr energetisch, sehr günstig. Und darum hat man dieses Orbit gewählt. Und man kann auch am besten mit der Erde kommunizieren, weil du bist nie hinter der Erde. Also du bist quasi immer im direkten Sichtkontakt und Kommunikationskontakt mit der Erde von diesem Gateway. Sehr cool. Sie hatten in der Serie auch einen atomgetriebenen Space Shuttle übrigens. Echt? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und Raketen, die aus dem Meer starten. Das hat cool ausgeschaut. Die Sea Dragon. Aber egal, ich bin nicht mehr weiter spoilern. Das ist fast so wie bei UFO, gell? Ja. Nein, das ist eine coole Serie. Schaut euch die an. Ich bin schon gespannt, ob die Leute dann violette Haare kriegen, wenn sie in der Mondstation leben. Ich weiß mir das doch nicht. Der nächste Punkt ist dann weiter zum Mars. Also noch ein Grund, warum der cis-lunare Raum so interessant ist, ist es ja, man will ja nicht nur zum Mond, sondern das ist so eine Art Stepping Stone, um mal Erfahrungen zu sammeln, wie es so ist, wenn man im Weltraum jenseits des Mondes unterwegs ist. Ist schon cool. Ich war so gern dabei. Ja, naja, vielleicht klappt es ja noch. Wenn ich dann mal reich bin und mir in, keine Ahnung, 30, 40 Jahren einen Flug zum Mond kaufen kann, meinst du? Ja, naja, es gab, habe ich gerade hier auf der Wikipedia irgendwo gesehen, ich habe es schon dazu gemacht, es stand da, wie du gesprochen hast, von Artemis 2. Was waren die, die ja vorbeifliegen am Mond und nicht landen? Ja, 2. Genau, da stand drin, dass das 2024 oder 2023 stattfindet, du weißt das ja auswendig, du hast das ja gerade erzählt. 2024 soll das. Genau, und auf der Artemis 2 Seite bei der Wikipedia stand, dass eventuell jemand überholen könnte, nämlich das ja Dear Moon Project, hast du von dem gehört? Nein. Dear Moon Project ist von SpaceX ein Projekt und die machen genau das, oder ist der Plan, dass genau das, dass eben ein Dragon-Zweiraumschiff mit einer Foggen Heavy gestartet wird und dann halt Menschen, ich glaube sechs Stück, einfach ein paar Passagiere halt, ja einmal um den Mond rumfliegen und zumindest jetzt soweit, dass ich jetzt hier auf die Stelle rausfliegen kann, ist das vorgeschlagene Startdatum, ja das kann ja immer irgendwas sein, dann real, aber proposed ist es für 2023. Das heißt, wenn die vor hier Artemis dran sind, dann sind die die Ersten, die um den Mond rumfliegen. Und da, ja, brauchst du nur reich sein, dann kannst du nur mitfliegen. Oh nein, hier, Entschuldigung, die Dear Moon Project Passengers will be Yusaku Macewa, ein japanischer Milliardär, okay? Und der hat anscheinend eingeladen, sechs bis acht Accomplished Artists, und die hat er eingeladen. Ja, also, du musst schauen, dass du Accomplished Artist wirst, dann... Das ist mit einem Milliardär, mit einem anderen Milliardär in den Weltraum. Was machen deine Ukulele-Künste? Reicht schon für Accomplished Artist? Verbesserungswürdig. Artist ist man ja immer irgendwie, oder? Nein, überhaupt nicht, das kommt ja auch von Kunst, von Können. Weiß ich nicht, also dann... Kommerziell finde ich das sehr fragwürdig. Und dann irgendwie selber mitfliegen, das ist ein bisschen... Es hat ja auch Matthias Maurer in dem Interview, also der jetzt deutsche Astronaut, der gerade auf der ISS war, längerer Zeit, aber wieder zurückkam, hat er auch in so einem Interview gesagt, wo er gefragt wurde, wie es denn mit den Weltraumtouristen waren. Da war jetzt irgendwie so ein reiner Touristenflug, glaube ich, war ja unterwegs. Ich weiß ja auch nicht, ob der mit SpaceX kam oder so, wahrscheinlich. Und er hat gefragt... Wann sonst? Ja, und er hat gefragt, wie es dann so war mit denen. Und der hat dann, ja, er muss halt natürlich diplomatisch bleiben und so, er hat gemeint, es war viel Arbeit, sich um sie zu kümmern. Also wahrscheinlich, wenn man ihn privat für ein Bier fragt, vermutlich würde er was anderes sagen. Ja, ja, ich kann mir das gut vorstellen. Er würde wahrscheinlich sein Gesicht in seinen Händen vergraben. Naja, ich meine, vor allem... Es ist irgendwie so, wie kommen die Leute dazu, ja, irgendwie, ne? Jeder Milliardär ist das Versagen der Gesellschaft. Wirklich, die Existenz... Nein, also die Leute, die Menschen als Menschen natürlich nicht, aber ihre Existenz als Milliardäre, finde ich, ist... Ich meine, dass es Leute gibt, die einfach so viel Geld haben, ist natürlich... Ja, es ist auch... Unfassbar. Es reicht ja schon, wenn sie Millionäre sind, das reicht ja auch für ihr Leben. Es reicht eigentlich auch schon, ja. Also, und niemand kann irgendwie durch, weiß ich nicht was, Arbeit und Verdienste solche Geldmengen anhäufen, die irgendwie gerechtfertigt wäre. Aber gut, das ist ja wahrscheinlich auch ein anderes Thema und machen wir mal einen eigenen Podcast. Wir müssen dann eine Milliarde Menschen hören und uns jeder muss einen Euro überweisen. So. Sonst machen wir es nicht, gell? Genau. Oder zwei, sonst müssen wir beide Milliardäre werden, sonst geht es ja nicht aus. Stimmt. Ja, bis dahin paddeln wir Flüsse entlang und fahren mit Fahrrädern Berge hoch. Und in der nächsten Folge gibt es dann eine nächste Urlaubs-Sommer-Folge, die wir auch wieder vor dem Sommer natürlich aufnehmen. Und ja, ich weiß noch nicht, was ich da erzählen werde, aber vermutlich wird es wieder ein schönes, kurzes Thema geben, über das wir uns austauschen können, damit wir... Wir werden es auf jeden Fall in zwei Wochen hören. Genau, damit wir dann in Ruhe unseren Urlaub machen können und ihr trotzdem was zu hören habt. Ja, so nett sind wir und das, obwohl wir keine Milliardäre sind, ja. Wahrscheinlich nur deshalb, oder? Ja, wir schauen. Bleiben wir so, wie wir sind, weil wir sind eh ganz cool und unsere Hörerschaft ist auch ganz cool. Also machen wir es in der gleichen Konstellation in zwei Wochen wieder und... Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.